Also, Ursprung, das ist so eine Geschichte, die man ja im Wald nicht unbedingt gerne erzählt, weil es war halt eine ziemlich feucht, fröhliche Sache. Und irgendwann ist halt auch mal einer aufs Klo von uns gegangen, den hat sich dort hingekommen, den hat sich da nicht bretzend hingekommen und plötzlich hat er seine sinntere Uhr entgekommen, ich hab einen Ursprung, nicht? Naja, und wir haben sich fürchterlich darüber abgekaut und irgendwie kamen auch, ach, macht mir doch Ursprung.